Yo moin Leute und heute zeichnet euch einen Solo und wirklich mega einfachen Car2Car Merch. Was braucht ihr denn für diesen Car2Car Merch? Ihr braucht einfach eine Arena Werkstatt inklusive RC Bandito. Und keine Sorge Leute, der RC Bandito braucht keine Tuning Teile. Ihr braucht natürlich in der Arena Garage auch das Auto, was die ganzen Tuning Teile besitzt, sprich das Geber Auto. Und ihr braucht natürlich auch in der Arena Werkstatt das Auto, was die Tuning Teile bekommen soll. Also sprich das Auto, was ihr merchen möchtet, muss natürlich auch mit in der Arena stehen. Und außerdem braucht ihr auch noch einen anderen Zielmodus. Ein Tipp Leute, nehmt freies Ziel. Den Zielmodus könnt ihr im Storymodus oder im Editor ändern. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Lightbutton mal so richtig heftig zu verprügeln. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, aber ich würde mal sagen, starten wir mal mit dem Glitch. Als erstes seid ihr in irgendeiner Online-Sitzung und seid in eurer Arena. Und seid in eurer Arena, geht ihr jetzt zum RC Bandito. So, steht ihr vorm RC Bandito, drückt jetzt die Playstation-Taste, geht auf Einstellungen, geht auf Netzwerk und dann habt ihr oben dieses Häkchen, wo ihr Internet ist. Jetzt drückt ihr die doppelte Playstation-Taste, somit, dass ihr dieses Menü auf eure Schnellzugriff-Funktion gelegt habt. Wenn ihr jetzt nämlich wieder doppelte Playstation-Taste drückt, werdet ihr sofort wieder in die Einstellungen des Netzwerkes kommen. Denn jetzt kommt ein kleines bisschen Timing, aber das ist wirklich mega leicht, Leute. Ihr müsst jetzt einfach zum RC Bandito hingehen, die rechte Pfeiltaste drücken und sofort, wenn ihr hört, dass der Mechaniker redet oder dass ihr im Menü drin seid, drückt ihr die doppelte Playstation-Taste und kappt euer Internet. Habt ihr euer Internet gekappt, geht ihr wieder rein in GTA und akzeptiert die Fehlermeldung, die jetzt kommen wird. Habt ihr die Fehlermeldung akzeptiert, könnt ihr wieder euer Internet anmachen mit der doppelten Playstation-Taste. Ihr werdet jetzt in den Story-Modus geworfen. Seid ihr in den Story-Modus geworfen worden, geht ihr einfach auf Optionen, Online, Online spielen und geht in eine Freundes- oder Einladungssitzung. Seid ihr in einer Freundes- oder Einladungssitzung gespawnt, in meinem Fall bin ich in einer Arena gespawnt, ist auch nicht schlimm, wenn ihr außerhalb spawnt. Auf jeden Fall seid ihr in eurer Arena da, geht ihr jetzt zum Auto, was die ganzen Tuning-Teile besitzt, sprich das Geberauto. Aber wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt, wenn ihr die rechte Feiltaste drückt, nicht in die Tuning-Garage gelangen, sondern das Tuning-Menü erscheint auf einmal, obwohl ihr eigentlich noch in der Garage steht. Jetzt müsst ihr einfach irgendwas umtunen. Irgendwas kleines, was nicht teuer ist. In meinem Fall habe ich jetzt einfach mal meine Fenster umgetunt. Habt ihr irgendein Tuning-Teil geändert, geht ihr jetzt auf Verkaufen. Ja, ich weiß, Leute, verkaufen ist voll heftig, aber Leute, keine Sorge, das Auto verliert ihr nicht. Das Auto bleibt da, wie es ist. Ihr verkauft zwar so gesehen das Auto, aber das Auto wird nicht wirklich verkauft, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ihr braucht da absolut keine Sorge haben. Das Auto wird nicht verkauft. Auf jeden Fall seid ihr jetzt auf Verkaufen gegangen, habt jede Meldung bestätigt, die dann kam, werdet ihr einen endlosen Blackscreen haben. Woran merkt ihr, dass ihr einen endlosen Blackscreen habt? Ihr werdet sehen, dass unten rechts eine weiße Ladeschnecke ist, aber ohne, dass da ein Ladevorgang steht. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass ihr einen endlosen Ladescreen habt. Habt ihr jetzt dann so einen endlosen Ladescreen, schräg, 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 blackscreen, geht ihr jetzt wieder mit der Playstation-Taste ins Playstation-Menü und sucht euch einen anderen Spieler raus, der einen anderen Zielmodus hat. In eurer Freundesliste oder in irgendeiner Community. Auf jeden Fall suchen wir jetzt jemanden, der einen anderen Zielmodus hat. Sprich, ihr seid jetzt auf die Meldung, dass ihr jemandem beitreten könnt im Playstation-Menü, geht ihr jetzt auf Beitreten. In GTA wird sich jetzt die erste Meldung laden, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr nichts, Leute. Ihr drückt jetzt einfach wieder die doppelte Playstation-Taste, um wieder zum Beitreten-Menü im Playstation-Menü zu kommen. Und geht jetzt auf nochmal Beitreten. Und wenn ihr einen anderen Zielmodus habt, müsst ihr sich jetzt die Meldung geändert haben. Denn jetzt steht da, ob wir uns sicher sind, dass wir den Zielmodus ändern möchten. Und jetzt, Leute, drückt hier einfach Kreis und ihr seid aus dem Blackscreen befreit. Als nächstes steigt ihr einfach aus dem Auto aus und lauft zum Auto, was ihr merchen möchtet. In meinem Fall war es ja das Formel-1-Auto. Ihr steigt jetzt einfach ein und fahrt raus. Ja, richtig, Leute. Ihr fahrt jetzt einfach raus. Und ihr werdet merken, Leute. Boom! Das Auto ist gemercht. Aber was jetzt? Ihr müsst jetzt einfach aussteigen. Ihr werdet merken, dass das Auto einfach verschwindet. Und Leute, das ist normal. Das ist nicht schlimm. Ihr geht jetzt einfach wieder zurück in die Arena-Werkstatt und steigt das Auto ein, was ihr gerade gemercht habt. Denn wir müssen das Auto jetzt nochmal abspeichern. Es hat zwar jetzt die Tuning-Teile, aber aktuell würde es die Tuning-Teile verlieren, wenn wir jetzt irgendwie GTA leften würden oder sowas. Denn wir müssen einfach jetzt noch irgendwas umtunen, um das so zu speichern. Deswegen steigt er von das Auto ein, drückt die rechte Falltaste, um das Tuning-Garage zu gelangen und ändert einfach irgendein Teil. Und das war es schon von diesem Glitch, Leute. Ich habe doch gesagt, er ist wirklich mega einfach und solo. Und damit könnt ihr so viele Autos merchen, wie ihr möchtet. Aber Leute, eine kleine Randnotiz, macht nicht zu viel, denn sonst werdet ihr euren, ja klingt blöd, Leute, euer Tageslimit an verkauften Autos erreichen. Denn fürs Spiel verkauft ihr Autos, auch wenn ihr kein Geld oder sonst irgendwas bekommt. Aber Leute, deswegen achtet darauf, dass ihr pro Tag so nur 6, 7 Autos mercht. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Ich bin raus, euer Bombert. Ciao. 10. 12. 13.